Das ist unser kleines Haus auf Gozu, Pagela Hill Street Nummer 9. Das absolute Prachtstück der Innenhof. Das sind die unteren Zunge. Und kleine Zisternen. Und hier 10 Meter lang. Aber immerhin kann man morgens ein bisschen schwimmen. Weiter keine Sonne, aber ist egal. Hier die hintere Terrasse. Viel zu groß für zwei Leute. Mit Palme. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. Kleines Eck. Tränen. Glaube ich, ist zu dunkel. Also alte Natursteinwände. Oh, ist es dunkel. Kitschig, aber trotzdem schön. So. Nach oben. Der wunderschöne Bauch. Der tolle Ausblick. Da hinten sieht man es näher. Leider hat natürlich der Nachbar ein riesiges Haus vorgeworfen. Auf den Pfosten. Naja, man sieht es eigentlich. Auf dem fliegen jetzt eher nicht. Das ist das Meer. Hier Terrasse. Noch eine. Zum Frühstücken. Der Ultim hat dieses Sprung im Becken. Nachbarn. Da darf man leider nicht hoch. Und jetzt die wunderschöne Küche. Mit herrlichem Fliesenboden. Und Wohnzimmer. Auch super Kitschig. Mit Jan, der natürlich platzt. Hallo. Hallo. Das ist eine große Herausforderung. Sehr gut.